Ah, Minecraft. Was ein wunderschönes Spiel. Seit Jahren eins der besten, erfolgreichsten und schönsten Spiele aller Zeiten. Und ja, zum Glück kam noch nie jemand auf die Idee, das ganze Ding hier zu klauen. Tatsächlich gibt es ja den ein oder anderen Rip-Off und die möchte ich mir auf jeden Fall jetzt mal angucken in der nächsten Zeit und mal schauen, ob wir da vielleicht sogar Gold finden, vielleicht sogar ein besseres Minecraft als Minecraft oder ob das ganze Zeug einfach nur Müll ist. Pass mal auf, wir machen jetzt eine Serie draus und die nenne ich einfach drei Minecraft Rip-Offs. Perfekt. So, mal schauen. Minecraft. Suchen. Mini-Blog-Craft 3D. Interessant. Ja, schön, dass da keine Werbung dran ist. Schön, dass hier nicht noch mehr Werbung dran ist. Ach, ist das wunderschön. Und Hauptsache das ganze ist einfach absolut geklaut. Planen wir mal. Ist bestimmt ein Virus. Planting. Building terrain. Okay. Uff. Uff. Was zum Geier. Die. W-W-Wa. Ich kann meine Maus nicht mehr bewegen. Was ist das? Warum kommt da jedes Mal Werbung? Vor allem, wo bin ich jetzt? Warum wurde ich jetzt? Wohin? Ist hier gerade was explodiert? Das Mausrad funktioniert nicht richtig. mit shift renne ich okay alles klar kann ich auch sagen ja immerhin richtig advanced richtig ich kann aber auch nicht fliegen das sind die blöcke die ich auswählen kann ja wunderbar und die steuerung zum glück nicht total beschissen wow wie wär's denn mal mit ohne musik meine güte wir haben immerhin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 blöcke zum bauen und ein paar pflanzen was das ist doch schon das doch schon richtig krank ich gehe jetzt mal darunter kann man eigentlich sterben es ist creative mode ohne fliegen das ist so deep das ist so deep bedrock kann man nicht kaputt machen okay ich kann ich hier nicht rollen warum warum ist ich nach ich sag da jetzt nicht zu wenn das mausrad das dreht genau in die andere richtung als normalerweise tun würde ich sag da jetzt nichts zu dieses spiel bekommen von mir eine weiß ich nicht also ich habe schlimmeres gesehen zwei von zehn also ich habe auch noch keine viecher gesehen hier sind die ist einfach nichts okay die welt ist einfach zu ende wow wow warum warum macht man sowas warum warum tut man sowas alter das ist doch nicht dein ernst ich ich nein 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 bitte auch das sind die werbung eigentlich interessanter als das spiel muss ich schon sagen wie komme ich jetzt hier wieder raus ich kann graphics noch auf fancy stellen oh jetzt haben wir mal aufgelevelt wow wow jetzt sieht das ganze jetzt sieht das ganze sogar viel mehr nach tatsächlich sieht es wirklich ein bisschen besser aus macht aber jetzt trotzdem nicht viel her also ja kann man kann man über streiten ich kann nicht mal haus bauen weil ich damit nicht klarkommen wie sich das dreht immerhin können wir dass das wird richtig das wird richtig toll leute das wird das das wird das geilste haus das wird das geilste haus apparently gibt es auch gar keine türen das macht das ganze natürlich ein bisschen kompliziert es gibt keine treppen okay und dann gibt es wenigstens es gibt nicht mehr glas was dann nämlich eis als fenster so wir nehmen eisfenster nichts geht über ein wunderschönes eisfenster ich bin ein wildigen virtuose jetzt bin ich auch noch vom dach gefallen ja perfekt jetzt kommt hier noch moment so jetzt kommen wir noch eisfenster rein so das ist schön die sonne bewegt sich übrigens glaube ich nicht also es ist durchgängig tag wow das ist unser haus ist das nicht schön jetzt vielleicht noch ein paar blumen hier vorne alter so so perfekt was ist denn noch so interessant hier kraftradie block crafting 2020 die kochen edition was wird dieses ding mit sich bringen das ging aber schnell spielen klaus so das ist doch ist das nein das nein warum kommt da aber werbung meine maus ist eingefroren ich kann nicht aufs kreuz drücken die maus geht immer weg wow das ist dasselbe spiel wie vorher was was warum okay block craft pocket herunterladen oh das muss gut sein oh das muss gut sein dass das das wird alles in den schatten stellen was soll das mit der werbung play now oder more games was soll das jetzt nein wow nein tot wow die texturen sind anders die texturen sind wirklich anders was ist das ok ok ich sag da jetzt mal nicht zu wow wow das ist nicht ganz minecraft aber es ist fast minecraft das wasser hat wellen das ist ja richtig advanced es ist ja schon besser als minecraft aber immer noch ohne sound und ohne musik oh 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 und warte mal was ist das rock rock bottom es gibt immer an öfen und schienen es gibt schienen aber keine cards oder es gibt tnt wow wow das wird ja jetzt advanced so feuer object cool aber dadurch wird das tnt nicht gezündet oder feuer wie zünde ich jetzt das tnt ich kann das tnt nicht zünden es gibt immer an stufen und die funktionieren wow aber das kann das tnt nicht zünden warum kann ich das tnt aber das mit dem feuer finde ich cool gibt es hier noch options sun oh ich kann die nacht selber einstellen menu oh wow ach wow du kannst die welt nicht speichern du machst dann immer eine neue toll ja meine damen und herren wir verlassen damit absolut das spiel tschüss so pixel world craft es ist doch schon wieder dasselbe was ist denn das jetzt klauen die schon von den geklauten das kannst du doch keinem erzählen das ist doch nicht mehr normal wow das ist wieder 1 zu 1 vor allem es ist es ist ist das immer dieselbe welt mastercraft 3d ist number one setbox block world crafting simulator if you can imagine it you can build it an amazing infinity äh infinite blocky open world to build also muss die welt jetzt unendlich sein wir lassen es überraschen mastercraft play now create world das ist doch schon wieder dasselbe und die bäume die sehen auch richtig es gibt zwei verschiedene bäume ne es gibt drei verschiedene bäume oder ich nein alter die maus friert immer ein jetzt habe ich auf werbung geklickt toll ich möchte nicht in den rohr stand noch nicht aber wenn das so weiter geht die welt ist hier doch zu ende was was es daran empfindet wenn die welt hier zu ende ist das ist doch nicht mehr normal das ist doch nicht mehr normal vor allem man fällt hier man das na das es ist nicht zu fassen so sand es gibt sand so sand so jetzt mal gucken hier gibt es denn hier gravity es gibt keine gravity leute ich kann mit sand dächer bauen das spiel ist perfekt den größenfehler den minecraft macht mit schwerkraft der wird hier unterbunden also dieses spiel ist absolut besser als minecraft damit wäre das bestätigt